Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal, auf dem wir zusammen surfen gehen. Wir sind schon wieder unterwegs, heute mit dabei Raphael, Andi ist natürlich auch wieder am Start. Und ich habe mich direkt umgezogen im Dunklen und habe es nicht gesehen, dass es gar nicht so gut ist, aber jetzt gehen wir trotzdem alle rein. Oder Andi, was meinst du? Ja, weil nicht reingehen kann man auch im nächsten Leben. Ja, weiße Booties, das wäre was. Ich habe gerade noch die klassischen Schlappen und Socken an. Aber natürlich die guten Finne schlappen. Dann kriegst du auch bald einen Gastauftritt. Mal guck auf der Day dann mit deinen weißen Booties. Ja, wenn man da jetzt einfach über die Socken Solaris drüber macht, dann sind die Socken wasserdicht und dann müsste es doch mega gut gehen, oder? Wahrscheinlich, ne? Mal gucken, wer schneller ist. Andi oder Raphael? Ja, ja. Mondsteinsurfen. Nass? Ja. Was meinst du? Linkst du nach rechts. Linkst du nach rechts? Da, guck mal, aber die brechen so flach dann auf der Sandbank. Ich würde fast vorschlagen, wir gehen nach Hause. Ja, da gehe ich doch einfach da rein schwimmen. Ja. Das ist die Qual der Wahl. Ein Riesenstrand, kein Mensch da, aber es ist auch nicht besonders gut. Oh, da hinten. Guck mal. Die rechte, ja? Da hinten joggen. Also, oder wir gehen einfach, wir laufen einfach. Anstatt zu surfen, machen wir einen Ten-Kal hier am Strand. Ja, genau. Ja, genau. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.